Herzlich willkommen zum Monatsrückblick für den November und wow, dieser Monat verging wie im Flug, es ist so viel passiert, es war wow, es ist wirklich viel passiert, so November und Dezember sind eigentlich immer so meine Lieblingsmonate, was YouTube angeht, weil da ist immer viel los, da kann man vielen coolen Stuff machen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz am Anfang an, was gab es so videotechnisch und was gab es bei mir im Privatleben, da ist nämlich auch einiges passiert. Und zwar hatten wir am 1. an dem Montag den Monatsrückblick, in dem Monatsrückblick hatten wir den Monatsrückblick, also wir haben uns den Oktober angeschaut, das muss ich glaube ich nicht weiter erläutern, weil das ist genau dasselbe wie hier, bloß vom letzten Monat. Egal, weiter zum Dienstag, zum zweiten, da kam sofort das nächste Video, die neunte Folge von Super Mario Galaxy. Ja, wir haben die Kampffelsengalaxie hoch und runter gespielt und haben da drei Sterne drin gemacht, war echt cool, das erinnert mich, das war die Aufnahme, wo seit langem, aber wirklich seit langem mal wieder meine Facecam ausgefallen ist. Das ist eigentlich etwas, was normalerweise nicht passiert, aber ich weiß nicht, was da los war. Und dann kam der dritte November, mein Geburtstag, ich bin endlich volljährig geworden. Also wie gesagt, deswegen liebe ich den November so, es ist mein Geburtstagsmonat und es passieren allgemein immer schöne Sachen dort. Es war mein Geburtstag, ich habe persönlich gefeiert, deswegen war YouTube-technisch da nichts. Ich habe eigentlich geplant, da einen Stream zu machen, also ich feiere in meinem Geburtstag, jedoch waren wir abends schön, also war ich mit meiner Familie, abends asiatisch essen und wir haben, also war echt cool, war echt cool. Oh no joke, ich bin ein riesen Fan von asiatisch, ich liebe asiatisches Essen, besonders wenn es all you can eat ist. Aber den Stream, den ich gerade angesprochen habe, den, wir feiern meinen Geburtstag Stream, der wurde dann am Freitag, den 5. nachgeholt. Das war echt cool und mich hat es riesig, also mich hat es wirklich riesig gefreut, wie viele von euch da waren. Der Stream hat 32 Aufrufe, also wirklich top Aufrufe und es freut mich einfach riesig zu sehen, dass dieser Stream so gut bei euch angekommen ist, weil das für mich wirklich was Besonderes war. Es war wirklich was Besonderes. Dann kam erst mal das Wochenende, wo Isaac, Fabse, Jan und Nele auch bei mir zu Besuch waren. Wir haben meinen Geburtstag gefeiert von, ich glaube Samstag auf Sonntag war das. Das war echt cool, also war richtig chillig. Am 9. hatten wir nämlich die nächste Folge Mario Galaxy. In der Zeit des Lego Batman ausgefallen, weil Jan und ich leider nicht dazugekommen sind aufzunehmen. Aber das ist nicht so schlimm, man hatte halt dann mal eine kleine Pause dazwischen passiert. Aber in der Folge, in Folge 10, haben wir noch ein paar Sterne gemacht und das erste Mal uns Bowser gestellt. Ja, wir haben die zweite, den zweiten großen Boss in dem Spiel gespielt. War echt nice die Folge. Ich habe echt Skill bewiesen, muss ich sagen. Da muss ich mir selber mal auf die Schulter klopfen. Nein, es war mehr Glück als Verstand. Also, wenn ihr wissen wollt, was passiert ist, schaut euch die Folge an. Dann kam zwei Tage später an dem Donnerstag Lego Batman 3 Folge 20, in dem wir das Storyfinale gespielt haben. Ja, wir haben die Kampagne zu Ende gespielt von Lego Batman und können jetzt endlich ins freie Spiel starten. Und ich muss sagen, das Finale war schon eigentlich ganz cool. Hätte man denn auch mehr draus machen können. Aber ich glaube, der richtige Spielspaß, den bekommt man erst bei den 100%. Und dann hatten wir Sonntag, den 14. An diesem Tag gab es sofort zwei Sachen, einfach weil es bei mir zeittechnisch besser passte. Und zwar hatten wir dann Lego Batman Folge 21. Die erste Folge im freien Spiel. Wir haben einfach wieder angefangen, die Level von vorne zu spielen im freien Spiel, die 100% zu kompletieren. Da haben wir einfach das erste Level, was wir damals auch in Lego Batman 3 Part 1 in der Storykampagne gespielt haben. Nochmal im freien Spiel gespielt und vervollständigt. Seit dem 20. Part schneidet Jan auch die Lego Batman Videos für mich. Einfach, um mir ein bisschen Arbeit abzunehmen. Jan wird vermutlich auch dieses Video hier schneiden. Deswegen einmal bitte Props für Jan in die Kommentare. Somit kann ich mich einfach deutlich besser auf die Mario Galaxy und so Videos fokussieren. Man merkt es vielleicht so ganz kleines bisschen am Schnittstil. Aber ich finde, die Videos sind trotzdem immer noch voll auf dem gleichen Level. Und es ist halt mega cool. Es ist halt wirklich mega cool, jetzt so zu zweit an einem Kanal zu arbeiten. Dann hatten wir noch den zweiten Grim Tales Stream an dem Abend. Der war auch echt, echt cool. Den ersten hatten wir ja an Halloween. Ich wollte ja so ein kleines Grusel-Horror-Game spielen an Halloween. Ja, es ist nicht wirklich ein Horror-Game, aber es ist so mysteriös, sag ich es mal. Ich persönlich mag es total. Ja, und da haben wir das am 14. gespielt. Ich weiß, zwei Wochen Pause dazwischen ist immer so ein bisschen, äh, aber was will man machen. Und es kam auch wieder ganz gut bei euch an. Also, dass so ein Nischen-Game auf so fruchtbaren Boden fällt bei euch, freut mich super. War einfach total lustig. Wir haben halt Rätsel gelöst, haben über verschiedene Sachen philosophiert. Es war ein richtig nicer Vibe in dem Stream. Dann kamen zwei Tage da drauf, am 16. auch schon der nächste Stream. Ja, da haben wir ein bisschen mehr gestreamt. Und zwar habe ich da mit dem guten Isaac, meinem Freund, zusammen Minecraft Märchenland gestreamt. Ganz einfach aus dem einfachen Grund. Isaac hat sich nämlich jetzt einen Laptop gekauft und kann jetzt vernünftig Minecraft spielen. Und somit haben wir gedacht, nutzen wir das doch einfach mal und erst spielt mit uns im Stream. War auf jeden Fall echt, echt cool, der Stream. Und, ähm, by the way, Märchenland, freut euch, da steht schon wieder was in den Startlöchern. Danach, an dem Donnerstag, kam dann Mario Galaxy Folge 11. In der haben wir die Glasstrandgalaxie gespielt. Ich habe ein bisschen verzweifelt an der Steuerung. Viel weiter ist dann nicht passiert. Wir haben halt die dritte Kuppel gestartet und haben einfach ganz normal Story-Fortschritt gemacht. Dasselbe auch am Samstag, den 20., wo es dann mit Lego Batman 3 Folge 22 weitergeht. Und zwar ist da die Wii U abgeraucht in der Folge. Das war auch ganz lustig. Wir haben nämlich ein Level der Lantern aufgenommen. Wer das Spiel kennt, weiß jetzt ein bisschen was damit anzufangen. Auf jeden Fall, wir haben ein Level aufgenommen. Und auf einmal, naja, ist uns die Wii U gecrashed. Das ist mehrmals sogar passiert. War etwas kritisch, aber ja, ich glaube nach 45 bis 50 Minuten hatten wir dann auch endlich die Aufnahme im Kasten. Die sich am Ende auf 13 Minuten belief. Also man merkt, die 100% bei dem Spiel ist halt schon, ist sehr viel gecuttet. Und deswegen werden die Videos auch deutlich kürzer. Dann an dem Montag kam der nächste Grimtail-Stream, der auch echt cool war. Er hat nicht so dieses Niveau erreicht wie das letzte. Ich war sehr oft alleine in dem Stream. Also es war eigentlich gefühlt niemand da. Am Ende kamen auf einmal alle. So, ich war gerade so, jo, wir machen jetzt Schluss. Wir hören jetzt für heute auf. In dem Moment kamen alle und meinten so, hi, was geht? Und ja, na, da habe ich noch ein bisschen weiter gestreamt. Natürlich hat nicht immer jeder Zeit für einen Stream. Verständlich. Und dadurch, dass ich eine recht kleine Community habe, ist es auch. Kann es auch manchmal sein, dass man alleine streamt. Aber war trotzdem lustig. Am 24. kam dann wieder Batman. Wir haben wieder ein Level gespielt. Wir haben es wieder zu 100% vervollständigt. Die übliche Schose halt. Das werdet ihr in nächster Zeit auch noch ein bisschen häufiger hören. Wenn euch die 100% interessieren, schaut gerne rein. Danach, den Donnerstag, hatten wir ein Minecraft-Stream. Wir haben wieder mit Isak zusammen gestreamt. Und zwar haben wir diesmal nicht Minecraft Märchenland gestreamt, sondern Minigames. Also es war so ein Stream offen für alle. Jan war auch dabei. Also war schon echt cool. Sowas möchte ich auch in Zukunft öfter machen. Also so, dass Leute auf meinen Discord-Server kommen können und man dann zusammen quatscht und zusammen Minecraft-Minigames spielt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, Discord-Server ist in der Beschreibung. Haltet einfach ausschau, wann ich streame, wann ich sowas streame und kommt dann einfach da rein. Und dann kann man ruhig mal eine Runde zusammenzocken. Dann an dem Freitag hatten wir Mario Galaxy Folge 12. Da haben wir ein cooles neues Item kennengelernt. Und zwar den Geister-Mario. Mit dem wir in der nächsten Folge, die ich noch nicht aufgenommen habe, muss ich ehrlich sein, da muss ich mich noch dran sitzen. Weil die ja jetzt auch die Tage kommt. Das Item werden wir in nächster Zeit eh nochmal öfter sehen. Das wird ganz cool, aber schaut euch die Folge auf jeden Fall an. Wir haben coole Missionen gespielt. Allgemein, wir sind gerade in einem Teil des Spiels, den ich total feiere. Also das wird interessant, weil ich Mario Galaxy damals immer sehr oft die ersten beiden Kuppeln gespielt habe als kleines Kind. Und dann wurde es mir zu schwer und dann habe ich nicht weitergespielt. Das heißt, wir kommen jetzt langsam in den Bereich des Games, den ich nicht mehr so gut auswendig kenne. Was für mich auch interessanter wird. Mal durch die ersten beiden Welten sind wir jetzt quasi so durchgegangen, wo ich wusste, wo alles war und so. Aber jetzt, es wird interessant. Am 28.11. kam dann Lego Batman 3 Part 24. Witzigerweise haben wir gerade den 27.11. 23.24. Das heißt, das Video kommt morgen eigentlich erst raus, während ich das hier gerade aufnehme. Aber ihr habt es ja vermutlich schon gesehen, weil das hier erst am 1. rauskommt. Deswegen ganz lustig eigentlich. Dementsprechend, der Stream am 30. kann ich noch nicht viel zu sagen. Es kommt wieder Grim Tales. Wir werden das Spiel vermutlich durchspielen. Aber ja, viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil der Stream noch nicht passiert ist. Da kann ich dann ja noch mal kurz im nächsten Monatsrückblick drauf eingehen. Nächsten Monat, der Dezember. Der Dezember wird bombastisch. Ich werde nämlich einen Adventskalender machen. Ja, und zwar werde ich... Ich weiß, dass viele Marvel-Fans unter euch sind. Ich bin persönlich auch ein total großer Marvel-Fan. Und deswegen werde ich ein Ranking machen. Meine 24 Lieblings-Marvel-Charaktere. Wir fangen quasi so bei denen, die ich einigermaßen mag, aber jetzt nicht so mein Top sind. Bis hin hoch zum 24., der mein absoluter Lieblingscharakter ist. Und wo ich sagen muss, da bin ich auch so ein richtiger Fan-Boy. Da kommen wir noch drauf zu sprechen am 24. Dezember. Freut euch auf heute. Ihr habt es dann ja vermutlich schon gesehen heute. Fällt mir gerade ein. Heute Morgen um 10 Uhr kam das erste Türchen. Das wird jetzt sich bis zum Dezember, bis zum 24. durchziehen. Und ich hoffe, euch wird es gefallen. Ich fände es mega cool, wenn ihr mitraten würdet, was immer im nächsten Türchen ist. Und was meine Top 1, meine Top 3, meine Top 5, was auch immer ratet, was das Zeug hält. Mich würde das mega freuen. Und ich würde sagen, der Dezember, da ziehen wir richtig durch. Da hauen wir richtig, richtig rein. Und dann hört man sich auch Ende des Jahres. Beziehungsweise, nee, dann hört man sich im nächsten Rückblick. In 2022, holy, der kommt dann ja im Januar. Wow. Der kommt aber maybe etwas später, weil ich Anfang Januar noch gar nicht zu Hause bin. Egal. Man hört sich. Bis zum nächsten Mal. Und euch noch einen wunderschönen 1. Dezember.